Kleider machen Leute, lautet der Titel einer Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Bei unserer Datenspende für den Kulturhackathon Coding Da Vinci passt dieser Ausspruch wie die Faust aufs Auge. Wir geben Digitalisate und Metadaten von Trachten und Uniformen aus der Landesgeschichtlichen Sammlung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Die häufig kolorierten Trachten illustrieren die traditionelle und regionaltypische Mode der ländlichen Bevölkerung aus Nordfriesland, Dithmarschen, Hamburg und Holstein. Die Abbildungen veranschaulichen, wie sich regionale Zugehörigkeit und soziale Identität in Form von bestimmten Kleidungssitten spiegeln. Darüber hinaus geben wir Uniformbilder des Flensburger Künstlers Herbert Marxen, der während der Weimarer Republik einige Bekanntheit als Karikaturist erlangte.